Welcome back, herzlich willkommen zurück bei Einfraxen, ich bin der Konsti, ich freue mich, dass ihr am Start seid zu einem ganz besonderen Video heute wieder und zwar, wir haben ja letztens ein Video gehabt, wo ich gesagt habe, eine Dividendenrendite bei einem ETF, bei einem Dividenden-ETF von fast 9%. Heute gibt es eine Premiere, glaube ich, ich habe noch nie sowas gesehen, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich möchte einen Dividenden-ETF vorstellen, der fast 15% Dividendenrendite hat und zwar, Achtung, monatlich ausschüttet. Das klingt eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Was gibt es da zu beachten und ich muss ganz, ganz klar nochmal darauf hinweisen, das habe ich im letzten Video nicht ganz deutlich gemacht. Bei sowas muss man extrem aufpassen, wirklich extrem vorsichtig sein und das alles ganz genau anschauen. Es gibt mit Sicherheit Leute, für denen könnte der ETF was sein, ich will nicht sagen, dass es für niemanden was ist. Das muss aber immer jeder selber für sich entscheiden, da kann ich jetzt nicht Verantwortung übernehmen, das ist wirklich bei jedem selber. Ich möchte ihn aber trotzdem vorstellen, weil ich sowas sehr interessant finde, dass es überhaupt sowas gibt. Das heißt aber nicht, dass ich ihn gleich kaufen würde. Macht euch wirklich eure eigenen Gedanken. Ich will es aber mal vorstellen, weil ich sowas einfach noch nicht gesehen habe. Ich habe sowas noch nicht gesehen und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Fast 15% aufs Jahr gerechnete Dividende bei einem ETF und eine monatliche Ausschüttung. Das klingt viel zu schön, um wahr zu sein. Was gibt es da für Sachen, die man beachten soll? Warum ist das möglich? Wie ist das möglich? Das würde ich euch alles erklären, mal zeigen jetzt und ich bin gespannt, was ihr sagt. Kommentiert gerne mal, was ihr dann dazu sagt. Kennt ihr den ETF? Wer hat den im Depot? Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil der gibt es noch nicht so lang. Aber ihr könnt gerne kommentieren, wenn ihn jemand hat und wenn er sich auch überlegt, jemanden zu kaufen. Und gebt dem Video erstmal einen Daumen nach oben natürlich, auch wenn euch das interessiert. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Auf den Einfachaktien-Discord-Channel natürlich kommen, wenn ihr mit mir euch austauschen wollt, über sowas schreiben wollt. Und mit der Community, mit den Leuten, die schon dabei sind, freut mich wirklich sehr, dass da schon einige dabei sind. Kommen natürlich gerne dazu. Müsst du nur auf den Link klicken und dann können wir Textnachrichten austauschen. Es gibt auch einen Sprachkanal übrigens, wenn man möchte. Alles ist möglich. Bin sehr gespannt, jetzt würde ich sagen, keine Zeit mehr verlieren wir. Schauen wir mal rein in den Dividenden-ETF, der fast 5% Dividende ausschüttet. Ich bin extrem gespannt. Starten wir. So, also. Ich habe mal wieder mein ETF-Tool geöffnet hier und zwar, es geht um den GlobalX Super Dividend ETF. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Da ging es schon mal so ein bisschen durchs Internet. Immer mal wieder so. Aber es war bis jetzt so, dass dieser ETF nur in den USA handelbar war. Zumindest ist das mein Stand der Dinge. Vielleicht habt ihr mehr Infos. Zumindest war das mein Stand der Dinge, dass man den nur mit einem US-Broker kaufen konnte. Jetzt ist es aber so. Anfang des Jahres, im Februar, wurde dieser ETF auch eingeführt und zwar für den europäischen Markt. Den könnt ihr jetzt zum Beispiel auch bei Trade Republic besparen. Ich glaube sogar auch bei Scalable. Könnt ihr mal schauen. GlobalX Super Dividend. Hier ist auch noch die BKN, schreibe ich auch noch mal unten rein. Kann man den auch besparen. Das ist interessant. Das ist also auch möglich jetzt für Anleger wie uns aus Europa, diesen ETF zu besparen. Das Problem ist jetzt aber, dass wir natürlich noch nicht so viele Daten haben. Deswegen werde ich jetzt von den Daten her auch zurückgreifen auf die US-Variante. Weil die ist natürlich mit den Inhalten, die Inhalte sind gleich. Der ist ein bisschen teurer, aber die Unternehmen, die drin sind, die sind gleich. Aber ich kann eben dann besser die Ausschüttungen auch beurteilen und so weiter. Das können wir jetzt eben bei dem ETF noch nicht, weil es den noch nicht so lange gibt. Nur noch mal zum Verständnis. Wir schauen jetzt aber mal den GlobalX Super Dividend ETF an. Super Dividend, das ist eigentlich ein passender Name. Wir gehen mal rein auf die Performance maximal. Der wurde aufgelegt, wie gesagt, im Februar diesen Jahres. Und ihr seht also, diese Performance, die geht jetzt schon mal krass nach unten. Und man darf nicht vergessen, bei dieser Performance ist auch die Dividende mit dabei. Also das ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, der hat einen gleichbleibenden Kurs und die Dividende wird zusätzlich ausgeschüttet. Also ich habe zum Beispiel 15% Dividende, die euch einfach geschenkt wird und der Kurs bleibt gleich. Nein, es ist, das muss ich wirklich dazu sagen, eine super krasse Ausschüttung. Jeden Monat. Aber, also aufs Jahr gerechnet, aber trotzdem eine hohe Ausschüttung jeden Monat. Aber der Kurs, den schauen wir uns gleich mal an, auch in den Zahlen, das ist halt eine andere Nummer. Und da muss man sich gut überlegen, ob man das in Kauf nimmt. So einen schwachen Kurs dagegen, aber einer krassen Ausschüttung. So, wir gehen mal rein. Die Performance, innerhalb von sechs Monaten kann man sagen, 17% im Minus. Und seit der Auflage 24%. Und das muss ich jetzt dazu sagen, das ist inklusive der hohen Dividenden. Das wäre also noch viel weiter unten eigentlich. So, wir gehen mal auf die Beschreibung. Der Global X Super Dividend bietet Anlegern den Zugang zu den 100 Dividenden stärksten Unternehmen weltweit. Einschließlich der Entwicklungsländer. Ihr habt also die ganze Welt mit in diesem ETF, was ich grundsätzlich erstmal schön finde. Also mal ganz neutral gesagt finde ich schön, wenn natürlich die ganze Welt in einem ETF ist. Wenn nicht nur Industrieländer berücksichtigt werden oder nicht nur Schwellenländer. So, dann muss ein Unternehmen mindestens die Marktkapitalisierung von 500 Millionen US-Dollar haben. US-Dollar haben, was ich auch gut finde, weil dann sind da keine ganz, ganz kleinen Unternehmen mit dabei. 500 Millionen ist auch nicht riesig, muss man auch dazu sagen. Aber es ist schon mal besser als ein Unternehmen, was nur 20 Millionen wert ist. Und genau, durchschnittlicher Handelsumsatz von einer Million. Alle Unternehmen werden gleichgewichtet. Was auch schön ist, dass kein Unternehmen extrem nach oben schießen kann in der Gewichtung des ETFs. Das ist auch schon mal schön. Also nur mal ganz neutral gesagt, das sind ein paar Sachen, die mir schon gut gefallen. Okay, so. Die Performance, haben wir gesagt, ist nicht überragend. Jetzt gehen wir mal auf die Gesamtkostenquote. Was kostet der denn überhaupt? 0,45 Prozent. Also das ist am oberen Limit für meinen Geschmack bei ETFs. Ich würde immer sagen, 0,5 Prozent ist für mich schon echt die Schwelle. Von der Kostenquote her, die TER, 0,45 Prozent ist jetzt nicht super. Aber es ist halt ein ETF, der ist halt besonders. Das ist schon eine ziemlich besondere Sache. Deswegen würde ich sagen, es ist vertretbar. Die Indexabbildung ist physisch vollständig. Das gefällt mir natürlich immer wieder sehr. Kann ich immer nur sagen, alle Aktienanteile werden wirklich gehalten. Hier wird nichts Theoretisches reingenommen oder irgendwelche Aktien ausgetauscht, geswappt oder so irgendwas. Das ist schon cool. Vorgröße ist natürlich super klein mit 4 Millionen. Das ist schon ziemlich klein. Wenn jetzt sich keine weiteren Anleger finden für diesen ETF, könnte der auch relativ schnell wieder eingestellt werden. Damit muss man rechnen. Auch das wäre kein großes Drama. Man bekommt ja sein Geld wieder. Das ist ja nicht weg auf einmal. Aber das ist dann immer mit einem kleinen Prozess auch verbunden. Das ist dann immer nervig. Deswegen da nochmal drauf aufpassen, auf die Vorgröße. Und die Vorauflage ist 15.02.2022. Lustig, das ist genau das Datum, wo ich mein Trade Republic Depot angefangen habe zu tracken. Aber das nur nebenbei. Vorwährung ist US-Dollar und das Vordomizil ist Irland. Nochmal spannend für die steuerliche Sache auch. So, jetzt schauen wir mal rein. Was ist die Zusammensetzung dieses ETFs, bevor wir dann am Ende auf die Ausschüttungen gehen? Weil ihr wollt ja genau wissen, wie kann es sein? Also wie hoch sind die Ausschüttungen wirklich? Das kann ich euch dann zeigen. Und ist es wirklich monatlich auch? Das ist ja wie so ein Renten-ETF. Das klingt wirklich zu schön, um wahr zu sein eigentlich. Jeden Monat Dividende zu bekommen. Ja, wir gehen mal rein. Also, wir haben jetzt die Top 10 Holdings. Wir haben hier die erste, ist aus Singapur. BW LPG. Kenne ich jetzt nicht. Limited. Das zweite Unternehmen ist Imperial Brands. So, da geht es um Tabak. Vereinigtes Königreich. Dann haben wir Omega Healthcare. Das ist ein Read aus den USA, wo es eben um Immobilien, um Krankenhäuser und so geht. Das sind schon Sachen, die kennt man. Es gibt ein paar Sachen, die kennt man zumindest. So, das nächste ist schon wieder nicht. CPFL Energia Brasilien. Dann haben wir Brasilien, Vereinigte Staaten, Chile und Südafrika. Also, was mir zumindest mal gefällt, dass ich in den Top 10 gegenüber dem letzten ETF, das blende ich euch übrigens auch nochmal in das Video vom letzten ETF, da haben wir zumindest schon mal zwei Unternehmen, die ich kenne. Das ist schon mal gut. Das heißt aber natürlich nicht, dass es jetzt cool ist, weil alle anderen kenne ich nicht. Nicht mal in den Top 10. Und ganz, ganz wichtig, schaut euch wirklich alle Unternehmen an. Es sind 100 Unternehmen, wie gesagt, in einem Depot, in diesem ETF. Schaut euch die alle an und der Hinweis auch nochmal, habe ich in den Kommentaren auch bekommen, wirklich auch, was die machen. Es sind viele Minen dabei. Da spielt auch immer die Moral eine große Sache. Kann man das wirklich für sich vertreten? Das ist eben auch, Menschenrechte muss man da immer ein bisschen anschauen. Die arbeiten in den Minen und so weiter, was die alles produzieren. Auch Tabak kann man hinterfragen und so weiter. Es gibt ganz viele Sachen, aber das ist natürlich jetzt eine kleinere Sache gegenüber jetzt. Natürlich, wenn Menschen sterben in irgendwelchen Minen und so weiter. Das muss man wirklich für sich beurteilen. Aber ich muss auch immer ganz wichtig dazu sagen, eine Moral kann immer nur für einen selber gelten. Man kann keine Moral oder die Moralwerte, irgendwelche Werte auf jemand anderen überstülpen. Deswegen ist es wichtig, immer nur für sich selber zu entscheiden. Niemand anderen angreifen, weil er da jetzt investiert oder nicht investiert. Das muss man wirklich für sich, nur für sich die Verantwortung übernehmen. Ganz, ganz wichtig beim Thema Moral. So, jetzt gehen wir mal weiter auf die Regionen. Wir haben Nordamerika 32%, Asien 30%, Lateinamerika 15%, Europa 12%. Nur von der Verteilung her. Ich sage jetzt nur die Verteilung in der Welt, die Region. Gefällt es mir eigentlich ganz gut, weil Nordamerika kein großer, großer Anteil ist. Du hast viel Asien mit dabei, was natürlich auch sehr, nach wie vor sehr aufstrebend ist. Ihr werdet gleich sehen, China ist natürlich aber auch mit dabei. Das ist wieder so ein Risiko natürlich. Brasilien auch und so weiter. Auch Schwellenländer, ja. Wir haben aber Lateinamerika eben auch dabei. Europa auch, 12%, was ich wichtig finde. Eben auch Europa dabei. Afrika, Pazifik, da ist wirklich die ganze Welt mit dabei. Das ist, finde ich, schon schön. Wie gesagt, nur ganz neutral betrachtet. So, Vereinigte Staaten 30%, China 16%. Brasilien 14%, Vereinigtes Königreich 6%. Also man sieht schon, die Konzentration ist hier vor allem auf die USA, China und Brasilien. Das sind die großen, großen Anteile im Depot. Die anderen kommen noch dazu. Das ist zwar cool, aber die machen jetzt nicht den großen, großen Part irgendwie aus. Das muss man sich schon bewusst sein. China, wer nicht in China investieren möchte, weil er mit der Regierung nicht klarkommt, das ist natürlich verständlich. Kann ich verstehen, wenn man sagt, China ist ein No-Go aktuell. Dann ist der ETF natürlich nichts. Dann wäre auch der andere, den ich vorgestellte, wäre da natürlich auch nichts. Oder Brasilien nicht. Wie auch immer. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Die Branchen. Das ist auch spannend. Wie kann man denn so viel Dividende ausschütten? Immobilien, Finanzen, Grundmaterialien, Industrie, Energie, Versorger. Aber ganz krass gerade ein großer Fokus auf Immobilien, wenn ihr das seht. 34% Immobilien. Auch das ist natürlich auch ein Risiko. Weil man natürlich nicht sagen kann, wie entwickelt sich der Immobilienmarkt. Das ist schwer zu sagen. Die Zinsen spielen natürlich auch eine große Rolle. Das ist schon auch ein ziemlicher Klumpen, muss ich sagen. 34% Immobilien. Dann Finanzen, Grundmaterialien und so weiter. Ja, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir aber einen schönen Überblick zumindest. Ihr könnt euch nochmal die Unternehmen anschauen. Wir gehen jetzt gleich auch nochmal auf die Homepage des Herstellers. Da können wir das nochmal genau sehen. Die Analyse ist 102 Aktienpositionen. Also ungefähr 100 wollen die ja im Depot haben. Die Ausstellungsstärksten Unternehmen der Welt sozusagen. Dann haben wir die Top 10 des Vermögens. Die Unternehmen sind 15%. Das finde ich immer noch im Rahmen. Die machen 15% des Gesamtwerts aus. Und wir haben ja gelernt, die Unternehmen sollen alle gleichgewichtet sein. Die werden quasi dann wieder gerebalanced, dass sie den gleichen Wert der Größe im Depot haben. Was eigentlich ja schön ist. So die Ausschüttungen, da kann man leider noch nicht sehen. Und so, jetzt ist ganz wichtig, dass hier bei X-Trade TF steht, bei Ausschüttungen der Monat nur im November. Ich glaube aber, dass das ein Fehler ist. Ich glaube, dass das nicht so ist. Das werde ich euch gleich zeigen, warum ich das glaube. Das ist, glaube ich, ein Fehler, das dann nur im November ausschüttet. Ich glaube, dass der auch jeden Monat ausschüttet. So, jetzt haben wir mal eine Übersicht bekommen. Also, wir gehen mal auf. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Die Kursperformance ist echt nicht überragend. Die ist super negativ. Aber wir haben die Verteilung in der Welt. Das ist eigentlich ganz schön über die ganze Welt. Wir haben gleichgewichtete Unternehmen. Die Unternehmen muss man aber alle nochmal direkt anschauen. Wirklich anschauen, ob man damit klarkommt. Weil das ist natürlich schon auch, ja, einfach auch die Frage, möchte man das in solchen Unternehmen, in Minen und so weiter investieren oder möchte man es nicht. Genau. Und jetzt schauen wir aber mal kurz, habe ich extra vorbereitet, den ETF an. Und zwar von dem Fonds herausgeber, von dem ETF herausgeber. Und zwar ist das Superdividend, das ist Global X bei Myra Asset. Das sind, glaube ich, Südkoreaner, wenn ich mich nicht täusche. Global X ist aber ein Tochterunternehmen aus den USA. Jetzt gehen wir mal auf den europäischen, auf diese neue Variante. Und hier steht eben, dass wir hier 100 Unternehmen mit dabei haben, Global Exposure über die ganze Welt und Monthly Distributions. Das heißt, monatliche Ausschüttung. So, also dieser ETF soll eigentlich monatlich ausschütten. Wir sehen hier nochmal die Kostenquote. Alles haben wir ja gerade schon alles gesehen. Die Fondsgröße auch. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Hier steht Distribution Frequency. Sorry. Und hier steht Monthly. Das heißt, für mich, monatliche Ausschüttung. So, wir gehen mal auf den Kalender. Es gab schon ein paar Ausschüttungen. Wie gesagt, seit, hier sehen wir seit dem Juni. August, September, Oktober, November. Genau, hier sieht man den Amount, quasi was da ausgeschüttet wurde. Also jeden Monat wurde ausgeschüttet. Warum jetzt da Februar, März und so noch nicht dabei ist, weiß ich jetzt nicht. Da wurde der aufgelegt. Was mir aber auch auffällt, ist, dass die Ausschüttung ein bisschen zurückgeht. Wir hatten am Anfang 0,3, 0,30 Cent sozusagen. Jetzt ist es 10 Cent sozusagen aktuell. Für den November. So, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ist ein bisschen zurückgegangen. Keine Ahnung warum. Aber nur nochmal zur Info, dass ich hier nichts Falsches dann erzähle oder so. So, jetzt gehen wir aber, weil wir hier noch keine genauen Daten haben, gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz auf die US-Variante. Weil das ist ja die gleiche. Um jetzt mal die Ausschüttungen zu sehen. Weil das wollt ihr wirklich sehen. Spricht da konstant hier nur von Quatsch. Gibt es hier die 15% oder gibt es jetzt nicht die Ausschüttung? Und ich zeige euch jetzt mal die US-Variante, weil da können wir das nämlich genau sehen. Da gibt es dann nämlich schon länger. Jetzt sind wir wieder bei Distributions. Und hier sehen wir eine Distribution Yield, eine Ausschüttungsrendite von 14,61% aktuell. Also ist kein Quatsch, was ich erzählt habe. Das ist fast 15%. Übers Jahr gesehen, die Ausschüttungen gerechnet. Aber die Ausschüttung ist eben monatlich. So. Und wir sehen hier auch nochmal, jetzt zeige ich euch nochmal zum Verständnis, auch die Holdings. Das ist eben genau dieselben sind, wie wir hier gesehen haben. Wir haben BVW, LPG, wir haben Imperial Brands, Omega Healthcare. Das ist also die gleiche Verteilung. Den US kann man eben besser tracken, deswegen zeige ich euch den. Aber beim EU wird es eben genauso sein. Da gehe ich mal davon aus, dass auch die Ausschüttungsrendite, die ähnliche, ähnlich sein wird oder dieselbe beziehungsweise ähnlich sein wird. Also, jetzt muss man wirklich sagen, und ich frage mich schon die ganze Zeit, warum gibt es eigentlich noch keinen ETF, der monatlich, also einen Aktien-ETF, nicht Anleihen oder so, sondern einen Aktien-ETF, der monatlich ausschüttet, eine schöne Dividendenrendite hat. Also wir würden auch 3 oder 4% reichen. Übers Jahr gesehen. Aber eine schöne Dividendensteigerung dazu, aber eine monatliche Ausschüttung, dass ich wie so einen Renten-ETF habe. Warum gibt es das noch nicht? Kann mir das irgendjemand sagen, bitte, bitte, vielleicht wisst ihr mehr. Kann mir das irgendjemand sagen, warum gibt es das noch nicht? Warum hat das noch kein Fondaufleger irgendwie so einen ETF aufgelegt? Ich bin mir sicher, dass es kommen wird. Ich glaube auch, dass der sehr erfolgreich laufen würde, wenn man sich Monatszahler zum Beispiel in diesen ETF nimmt, aber auch das unterfüttert mit Quartalszahlern, dass man das so zusammenstückelt, dass man eine monatliche Ausschüttung quasi hinbekommt. Mit soliden Unternehmen, ich spreche hier von soliden, ich meine nicht das hier. Von soliden Unternehmen, monatliche Ausschüttung, eine schöne Steigerung auch, brauchst du ja keine krasse Kursperformance, da geht es um die Ausschüttung, aber vielleicht eine kleine Kursperformance, eine schöne, aber auch eine Dividendensteigerung. Warum gibt es das noch nicht? Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. Und das frage ich mich. Deswegen ist dieser ETF an sich natürlich von der Auflage her, von der Konstruktion, schon interessant. Ganz ehrlich, monatliche Ausschüttung, aufs Jahr gesehen, 15% Dividendenrendite. Das ist doch wie so ein Traum eigentlich für ein Rentendepot, dass du weißt, dass du jeden Monat Ausschüttungen und du hast super Dividendenstarke Unternehmen im Depot. Ich weiß aber allerdings, dass das nur, da platzt quasi dieser Traum, diese Blase platzt, weil diese Unternehmen, die da drin sind, natürlich nicht super sind. Ihr seht, diese Kursperformance ist katastrophal eigentlich, die geht nach unten, die wird auch weiter nach unten gehen, da bin ich mir sicher. Aber die Ausschüttung ist halt unglaublich verlockend und da muss wirklich jeder aufpassen, hohe Ausschüttung heißt natürlich auch, da kann auch vielleicht irgendwas nicht stimmen. Wir sprechen über 8%, über die Jahre hinweg vom Aktienmarktdurchschnitt, 8%, wenn ihr schon eine Ausschüttung habt von fast 15%, da kann da was nicht stimmen, das kann was nicht stimmen. Das scheint für mich eher sowas wie zu sein, dass da viel aus der Substanz ausgeschüttet wird. Zu Kosten natürlich auch der Kursperformance. Also ich persönlich würde in diesen ETF never investieren, aber ich möchte das natürlich nicht für jeden festlegen. Ich kann mir vorstellen, dass es schon Leute gibt, die sagen, hey ganz ehrlich, dann habe ich halt ein risikoreiches Asset, risikoreichen ETF im Depot, aber ich möchte diese Ausschüttung haben. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das gut finden. Und dann sage ich mir nur, okay, dann mach das. Für mich wäre es nichts und ich möchte auch ganz klar hinweisen auf diese Risiken. Es ist super spannend, dass es sowas gibt. Ich finde es cool, weil sowas vielleicht auch anwerfen kann bei anderen ETF-Herstellern oder Indexanbietern, dass die das einfach antreiben, weil sowas auf den Markt bringen, wirklich was Solides und fundamental auch wirklich gut aufgestellt ist. Deswegen würde ich mich wirklich wünschen, dass es sowas öfter gibt. Aber ich finde es gut, dass sowas eben zumindest da ist, dass man diesen Markt ein bisschen aufrütteln kann. Trotzdem ist meine Meinung, ich würde darin never ever investieren, weil ich natürlich auch eine schöne Kursperformance möchte oder zumindest eine solide Kursperformance und eine schöne Ausschüttung, wenn ich jetzt nur auf Ausschüttung gehen wollen würde. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so ein bisschen weiterhelfen, den mal vorstellen. Ich verlinke euch auch diese Links nochmal alle unter dem Video, dass ihr euch das nochmal genau anschauen könnt, dass ihr seht, welche Unternehmen sind dabei. Ihr könnt euch alle anzeigen lassen. Wirklich alle, 100 sind da mit drinnen. Da sind auch Unternehmen dabei, die man kennt, aber es sind eben auch viele dabei, die man nicht kennt und das macht die Sache einfach sehr, sehr schwierig und undurchsichtig. Da würde ich mich wirklich gut informieren. Aber es ist wie gesagt trotzdem eine interessante Konstruktion, also eine interessante Idee zumindest. Das möchte ich nochmal festhalten. Es ist alles keine Anlageberatung, das nochmal als Disclaimer. Ich hoffe, ich konnte euch wie gesagt ein bisschen weiterhelfen. Schaut euch die Links mal an, wenn euch das interessiert. Es ist unglaublich, wenn ich sowas lese, 15% Ausschüttung, das ist crazy. Die monatliche Dividendenausschüttung würde ich mir wünschen von einem Aktien-ETF. Das wird es mit Sicherheit geben, aber es wird noch vielleicht ein bisschen dauern. Keine Ahnung. Vielen, vielen Dank für das Anschauen des Videos. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Kommentiert mal, was haltet ihr davon? Ist es völlig crazy? Was ist, ich meine, wie kann man sowas machen? Ist es crazy oder könnt ihr euch überlegen, würdet ihr euch überlegen, in sowas zu investieren? Könnt ihr mir alles ganz offen reinschreiben. Hier wird keiner verurteilt, wenn er es macht. Da bin ich mir ganz, es ist mir ganz wichtig, dass hier keiner irgendwie angegriffen wird oder so, der sagt, ich finde das sowas interessant. Jeder darf machen, was er möchte und in den Kommentaren darf auch jeder schreiben. Wenn es natürlich nett ist, jeder schreiben, was er möchte. Immer im netten Umgang natürlich. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen. Jeder kann seine Gedanken äußern. Bin sehr gespannt. Ist natürlich schon sehr kontrovers, muss man einfach sagen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch trotzdem geholfen hat und kommt in den Einfachaktien-Discord-Channel, wenn ihr euch mit mir austauschen wollt und mit der Community, die eh schon dabei ist. Würde mich sehr freuen, dann noch mehr Leute von euch zu sehen. Ein sehr, sehr schöner und wertvoller Channel, muss ich wirklich sagen. Ja, und wer noch keinen Broker hat oder so, der kann gerne Links auschecken. Wer noch Weihnachtsgeschenke kaufen möchte über Amazon oder so, der kann auch gerne über meine Links machen, weil ich dann auch eine kleine Vergütung bekomme. Das unterstützt den Kanal wirklich sehr. Oder ihr spendet was in die Kaffeekasse, wenn ihr mich unterstützen wollt, aber eben schon einen Broker habt oder so und ihr euch fragt, ja, wie kann ich dich denn unterstützen? Ich finde es cool, was du machst. Könnt ihr natürlich so auch machen, aber wer nicht möchte, kann natürlich einfach kostenlos diesen Content schauen. Würde mich natürlich am allermeisten freuen, wenn der Kanal weiter wächst. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Bin gespannt, was ihr schreibt. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt Einfach Aktien macht's gut. Ciao, ciao.